Sie sind jung. Sie sind wild. Okay, also los. Aber Sie sind immer noch... Ich bin sozusagen... ...unschuldig. Noch eine männliche Jungfrau. Es geht hier um Sex, nicht um den Start einer Rakete. Wir werden alle noch vor dem Schulabschluss vögeln. Wir werden siegen. Wir sind höchste Zeit. Wir werden Vögel! Juhu! Ja! Und der Countdown läuft. Der Countdown auf das höchste der Gefühle. Sie ist heiß. Verdammt, Alte! Da läuft eine osteuropäische Tussi total nackt durch euer Haus. Und du willst nur da sitzen und Däumchen drehen? Was soll ich denn machen, ha? Per Live-Übertragung übers Internet? Ja. Zieh dich raus. Strip. Langsam. Oh! Oh, ich komme! Ich komme! Wie fühlt sich Phase 3 überhaupt an? Wie warmer Apfelkuchen. Ja, Apfelkuchen. Konstantin Film zeigt die Komödie des neuen Jahrtausends über die süßeste Versuchung des Lebens. American Pie, wie ein heißer Apfelkuchen.